Kein Trommelwirbel, sondern es ist eher etwas nervöses Wirbeln mit einer leeren Flasche. Ich muss mich selbst anmoderieren, das ist sowas, was ich hasse. Aber es waren so viele Leute, die sagten, erzähl doch mal deine Geschichte und sprich doch du mal aus deinem Leben. Und du hast ja jetzt schon eine gewisse Erfahrung und bla und bla und bla und das und jenes. Und dann habe ich gesagt, okay, machen wir. Und ich habe dann gebeten, er ist Pastor in Gummersbach und habe ihn gebeten, stell mir doch Fragen. Informier dich, woher auch immer, guck, woher du deine Infos kriegst, aber von mir bekommst du nichts. Und er kam dann und bis auf die vier Schlussfragen, die hat er natürlich auch. Ich muss aber dazu sagen, es wird eine Doppelfolge. Es wird einfach, sorry Leute, es wird echt eine Doppelfolge. Ich hoffe, ihr schafft es und ich hoffe, es ist interessant und taucht mit ein in das Leben des Thomas M. aus dem Schwabenland. Und ich wünsche euch dabei nicht nur viel Spaß, sondern auch ein paar Aha-Momente. Klar, bin ich einer, der gescheitert ist. Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert. Super, 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 super. Der Podcast mit Thomas Meier. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, da hat er auch keine Ahnung. Aber mit dem oder was weiß ich. Du siehst noch Medizin. Leider hat er im Bett, da hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Gar nicht abgedreht, das ist wahr. So, wir können loslegen, ne Tommy? Ja, sehr gut. Also wir hatten gerade schon eine richtige gute 10 Minuten. Wir haben schon gestartet, bis wir festgestellt haben, was lief gerade nicht? Die Kameras, ne? Nein, ich habe vergessen, ich bin ja auch ein bisschen aufgeregt, jetzt setze ich zum ersten Mal auf der anderen Seite des Tisches. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt und ich habe vergessen, hier den Rekord-Button zu drücken. Ja, ja, ja. Aber eigentlich ist das ja auch dein Job, fällt mir da auf. Genau, also ich habe auf der vollen Linie versagt. Tommy, wir haben gerade schon so ein Vorgespräch oder wir dachten, das läuft ja schon so ein bisschen schon mal eingestiegen in seine Geschichte. Fangen wir mal ganz seichte an, wir sitzen hier im Oberbergischen, du bist ja nicht hier groß geworden, genau, wo bist du groß geworden, wo bist du aufgewachsen? Also, du hörst an dem Seufzern, ich komme aus Stuttgart, das hört man immer noch, ist auch gut so, wir sind jetzt 30 Jahre her, aber es ist gut, diese 30 Jahre, am Anfang konnte ich mich nicht mitteilen. Es ist definitiv so, wir kommen wirklich, meine Frau und ich, wir kommen aus dem tiefsten Schwabentum und wir kamen hierher und die Leute verstanden uns nicht und ich habe hier studiert am Forum Wiedeners Theologie und da muss man sich vorstellen und dann, ah, war das so peinlich. Da sitzen die ganzen Studenten und die ganzen Lehrer und ich wusste, ich muss auch, weil man auf die Schule kommt und studiert und ich habe mich dann durchgerungen, am zweiten Tag und habe dann erzählt und dann unterbrach mich der Schulleiter und sagte, Herr Mayhöfer, wir verstehen kein Wort, können Sie nochmal loslegen und alles brüllte. Und da musste ich nochmal, aber hat wieder keiner verstanden. Das war so peinlich und die Story, die wird mich mein Leben lang, zumindest hier, was das Forum Wiedeners betrifft, begleiten. Also das war ein Schock und mittlerweile ist es immerhin so, dass ich, ich kann mich ausdrücken, ich kann mich mitteilen, es funktioniert mittlerweile, aber am Anfang war es grauenhaft. Polizeibeamter in Süddeutschland, in Baden-Württemberg, wie kommt man dann ins Oberbergische, an das Forum Wiedenest? Also meine Frau und ich, wir hatten damals zwei Kinder und machten Urlaub. Das war so ein Urlaub, da war, jeden Morgen gab es da die Möglichkeit, dass man eine Predigt anhört. An einem Morgen saß ich in der Predigt, während der Predigt höre ich eine Stimme, sagt jemand zu mir, sagt jemand zu mir, Tommy, ich möchte, dass du von der Polizei gehst und ein Theologiestudium machst, um dann in den Dienst für mich zu gehen. So, diese Stimme war von deinem Nachbar, vom Prediger oder woher kam die Stimme? Ich dachte echt erst, es kommt von den Jungs nebenein, aber nee, die waren völlig beschäftigt mit sich selbst und ich gucke da vor und denke, es hat keiner gesprochen, ich habe es gehört. So wie du jetzt mit mir sprichst, ich mit dir, wusste ich in dem Augenblick, das war Gott, der mit mir gesprochen hat. Hattest du da Zweifel, war das wirklich Gott oder wie, oder war es in dem Moment so klar? Es war völlig klar, Bernhard, es war völlig klar, dass das Gott ist, da gab es überhaupt keinen Zweifel. Es war kein heiliger Moment, so, nix, nix. Es war einfach in den Alltag, gut, es war eine Predigt, aber es war definitiv jetzt nicht eine Einbildung, schon gar kein Wunschdenken. Ich wollte das nie, gar nie wollte ich sowas machen. Das heißt, es kam auch unverhofft oder spontan, oder? Oder hast du damit gerechnet, ich gehe jetzt in den Gottesdienst und ich höre gleich Gottes Stimme und weiß die Berufung für mein Leben? Bernhard, erstens war das vor 30 Jahren oder noch mehr, 32 Jahren, erstens. Und zweitens gab das nicht solche Situationen, Momente, wo man dachte, was will mir Gott jetzt sagen? Das kam in meinem Denken nicht vor, sondern da gehen wir hin und war halt in der Predigt. Und guckt auf die Uhr und denkt, na, jetzt sind 20 Minuten und dann gehen wir eine Runde kicken. Also so war das. Und nicht, dass man reingeht und sagt, ja, was hat mir jetzt Gott zu sagen? Das war für mich nie ein Thema, was Gott mir zu sagen hat. Also für mich ist das absolut schon der erste, also mindestens der erste Goldnugget jetzt schon, dass Gott tatsächlich redet und zu einem Zeitpunkt, wo du es eigentlich gar nicht erwartest. Und diese Sache höre ich so oft, dass Gott unterschiedliche Dinge nutzt und plötzlich zu einem redet. Und ich höre das auch immer wieder, deswegen habe ich auch die Frage gestellt, war es für dich klar, dass das Gottesreden ist? Definitiv. Und das erlebe ich oft, diese Antwort, ja, auf jeden Fall. Da gibt es auch keinen Zweifel, für mich ist das klar gewesen so, oder in der Situation. Ja, für mich war das auch klar, aber ich habe gesagt, Gott, wenn das du bist, dann muss das meiner Frau auch sagen, weil wir wollten nie, 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 nie so einen Job machen. Also Missionar oder Pastor oder irgendwas, das war nicht unser Ding, definitiv. Und ich habe gesagt, Gott, wenn du das wirklich bist, dann musst du es mit meiner Frau auch klären. Und wir haben uns dann zwei, drei Tage später getroffen, also getroffen, wer bist du denn? Ihr habt euch ab und zu mal getroffen. Nein, wir haben da uns in den See gesetzt und haben ein bisschen gequatscht, zwei, drei Tage deshalb, weil ich dachte, naja, vielleicht habe ich mir das alles eingebildet und dann ist es wieder wusch, weg. Aber es war nicht so, sondern es war völlig klar. Und wir saßen da am See auf dem Bänkchen, sehe ich noch wie heute vor mir. Und ihr sagt, du, Schatz, diese Frage hat dir Gott etwas klargemacht, die habe ich tatsächlich gestellt, aber wie gesagt, da hatten wir nie mit gerechnet. Und dann fängt sie an zu weinen und sagt, ja, wir sollen hier in den vollzeitlichen Dienst gehen. Hat sie gesagt. Ja. Dann haben wir beide geheult. Ja. Verfrust. Ja. Okay. Weg, weg. Okay. Warum Frust? War das einfach Sicherheit, guten Job oder was war das? Traumjob, Freunde, Eltern, Heimat, Kunst, Kultur, einfach alles. Und wir wussten ja nicht, wohin es geht. Wie kam es dazu, dass deine Frau auch sofort gesagt hat, wir müssen das machen? Hat Gott sie vorbereitet oder war sie gedanklich da schon drin gewesen oder war das der Moment, wo ihr gesprochen habt? Das war der Moment. Also es war wie bei mir, wir hatten da nie mit gerechnet und hatten auch nicht irgendwas geplant in der Richtung, sondern das war aus dem Nichts. Das wäre das Gleiche, wie wenn jetzt Gott zu dir sagt, in dem Augenblick, pack deine Sachen und fahr nach Grönland. Da denkst du nicht dran. Aber da war es halt so. Und dann. So jetzt sind wir ja schon mitten in deiner Geschichte drin und ich würde gerne mal ein bisschen zurückspulen, wenn es okay ist für dich ist. Also Gottes Stimme hören. Du bist der Chef. Genau, ich bin der Chef und deswegen mache ich das jetzt einfach. Ich spiele jetzt einfach zurück in Tommys Leben, weil mich das wirklich interessiert, weil vieles ja auch so aus der Geschichte herauskommt, wie man groß geworden ist, in welchem Elternhaus, was man so mitbekommen hat, welche Erlebnisse man hatte. Wie war das bei dir? Du hast gerade gesagt, du hast Gottes Stimme gehört. Das war ganz klar, dass es Gottes Stimme war. Deine Frau hat das auch sofort bestätigt. Das hat ja immer so eine Vorgeschichte. Du meinst, ich habe den ganzen Kindergarten evangelisiert und jetzt zur Schule gekommen. Genau, das heißt, deine Eltern haben schon alles dir beigebracht, wie man auf Gott hört, wie man die Stimme hört, wie man unterscheidet. Ist das mein Gedanke? Oder wie bist du groß geworden? Ohne christliche Literatur. Mein Umfeld war auch nicht fromm. Ich war so ein typischer, das Wichtigste war die Karre und Mädels. Und dann waren wir in so einer Pseudogang drin, die ähnliche Interessen hatten, wie es halt so ist. Und dann Schule war das Unwichtigste überhaupt. Und dann hat er in der Karre rumgeschraubt und ist am Wochenende in die Disco oder in die entsprechenden Schuppen, wo was ging. Und vom Glauben her wollte ich nichts wissen. Das Einzige, was war, dass zwei Jungs in meiner Klasse fromm waren. Die haben mich ständig zum Jugendkreis eingeladen. Ich wusste nicht, was ein Jugendkreis ist. Die haben mir dann mal das erklärt so, dass man da singt und auf Bibelarbeiten. Das war dann quasi, da schlägt einer die Bibel auf und hat sich vorbereitet, um dann den Text zu lesen und so. Und seine Gedanken auszutauschen. Das war, das ist ja völlig langweilig. Allein der Begriff Bibelarbeit. Stell dir mal vor, mit 17. Arbeit und Bibel. So zwei Sachen, die irgendwie als Jugendlicher gar nicht passen. Null. Aber dann war es halt so, dass ich Stress hatte. Mit in der City. Stress hatte und musste ganz schnell weg. Sonst wäre es ganz übel ausgegangen für mich. Du warst auf der Flucht. Richtig. Ich musste fliehen, musste weg. Und dann rannte ich dann oder ging ich schnell weg. Lassen wir mal so die Details. Auf jeden Fall habe ich gedacht, was mache ich? Und dann wusste ich, heute Abend, Samstag ist dieser Jugendkreis. Und meine Kumpels freuten sich, als ich kam. Die gläubig waren. Die gläubig waren. Die mich immer einluden. Setzte ich mich da hin und dachte, oh Schande, was machst du hier? Aber ich war ja safe. Passierte nichts. Und dann ging die Tür auf und da kam eine Frau rein. Und ich dachte, das geht voll nicht. Das war, boah. Boah. Und da dachte ich, die Frau. Also ich war unsterblich verliebt quasi. Verliebt. Und da dachte ich, die Frau, die... Cooles Story. Vor allem bin ich verheiratet mit ihr. Ah, okay. Also mit Happy End sogar noch. Mit super Happy End. Ja, super Happy End. Sehr gut. Mit super, super, super Happy End. Ach cool. Also das wäre jetzt schon mal so ein Buchtitel. Auf der Flucht, die Liebe des Lebens gefunden. Ah, ja, klar. Was mich natürlich... Also mich interessiert natürlich die Flucht. Aber Tom hat gerade schon gesagt, die Details kommen hier nicht in die Sendung rein. Nein. Nein, die sende ich dir um frei. Sehr gut. Die sind nicht jugendfrei. Nein, nicht alles muss man vor der Öffentlichkeit erzählen. Richtig. Aber eine krasse Story, ne? So von der Flucht irgendwo rein. Warum glaubst du, bist du in diesen... Also du hast es gerade schon gesagt, aber in diesen Jugendkreis da reingelaufen? Also weil es da am sichersten war. Ich war safe. Ja. Das ist einfach so die Begründung. Ich war safe. Und dann natürlich die Lady dann gesehen und dann wusste ich... Ich ging ja nächsten Samstag wieder hin. Das Problem war nur immer, wenn die den Raum betrat, hatte ich so eine Bombe. Völlig unüblich. Verliebt halt, ne? Ja, total. Und jeder wusste, oh, der Tommy. Und dann habe ich rausgefunden, dass sie in ihren Ferien, die ja sechs Wochen gehen im Sommer, vier Wochen in einem Hotel mitarbeitet, auf dem so eine christliche Urlaubszeit stattfindet, also mit Predigten und so weiter auch. Und die würde da vier Wochen mitarbeiten in der Küche und würde bedienen und einfach so, ne? Für lau. Und ich dachte, wie doof ist das denn? Aber ich wusste, das wäre eine Chance, die Frau besser kennenzulernen. Ich wusste aber nicht, in welchen vier Wochen die geht, also habe ich mich einfach sechs Wochen angemeldet. Okay. Also viel Geld investiert und viel Zeit. Geld nicht, aber viel Zeit, weil den Urlaub, du musstest ja arbeiten. Ach, okay. Ach so, mitarbeiten. Mitarbeiten, ne? Ja, ja, okay. Und dann, in den ersten 14 Tagen war sie nicht da. Und in den ersten zwei Wochen habe ich Jesus kennengelernt. Wo sie nicht da war. Wo sie nicht da war, habe ich Jesus kennengelernt. Da würde ich gleich mal reinzoomen, aber erzählen wir mal kurz zu Ende noch. Und habe ihm mein Leben anvertreut, habe verstanden, wer Jesus ist, dass er für mich gestorben ist am Kreuz, meine Schuld und Sünden vergeben sind, dass er den Weg für mich in den Himmel frei gemacht hat. Und das hat mich so berührt und getroffen, dass ich Jesus gesagt habe, okay, an dich glaube ich, du bist mein Herr, du bist der, der mich erschaffen hat und ich will dir nachfolgen. Okay, das hört sich so. Und zwei Wochen später kam sie, um das abzurunden. Und da habe ich ihr gesagt, dass ich sie liebe und sie hat gesagt, super. Nein, also, auf da waren wir zusammen. Okay, du hast auch direkt gefragt, oder willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht, oder? Nein, ich habe gesagt, ich liebe dich und ich will dich heiraten. Ach, mit direkt der Ansage. Voller, keine. Mit 17. So war, haben wir das? Das war vor 40 Jahren. Bei mir lief es nicht ganz anders, obwohl er heutzutage ist es ja, gibt es ja viel, viel romanterische Sachen, die man machen kann und ich will die Storys gar nicht hören, weil es bei mir nicht so war. Aber das ist cool, direkt auf den Punkt, willst du mich heiraten? Ja klar, ich habe gesagt, gerne mit 17. War schon witzig. Ja. Interessant finde ich, du bist da reingeflüchtet in diese Jugendgruppe, wie wichtig Beziehungen sind, um auch den Glauben zu teilen. Eigentlich geht es um Beziehungen. Vielleicht ist es primär gar nicht so, dass Menschen jetzt den Sinn des Lebens suchen, aber über Beziehungen auch Gott kennenlernen. Kannst du das so sehen für dich? Oder war das so der wichtigste Punkt, dass du einfach Leute hattest, die an Gott glauben und dich einfach mit reingenommen haben? Also Bernhard, bei mir war alles anders als so lehrbuchmäßig. Ich war auf der Flucht. Ich war da drin, weil ich nicht aufgeschlitzt werden wollte oder was weiß ich was. Ich sah, diese Lady, ich habe mitgekriegt, die arbeitet vier Wochen da in der Schweiz. Ich bin wegen ihr darunter und habe in den ersten zwei Wochen Jesus kennengelernt. Also es ging nicht über Beziehungen. Das Einzige, was eben vorteilhaft war für mich, war, dass ich wusste von meinen beiden Freunden, dass sie sich samstags treffen. Also da muss man sagen, Gott hat schon echt coole Wege. Also da war nichts lehrbuchmäßiges dabei. Also es war alles, wenn es ein Lehrbuch gibt. Wenn es ein Lehrbuch gäbe, genau. Also es war wirklich so, dass mich Gott angesprochen hat und ich wusste, er lebt, er ist echt und ihm will ich glauben. An ihn will ich glauben, mit ihm will ich weitergehen. Natürlich macht man sich da keine Gedanken darüber, wie das eventuell werden könnte oder was kommt. War mir völlig egal. Jesus hat sich offenbart. Es war für mich klar, er ist da und dann war. Ja, stark. Also für mich ist auf jeden Fall ein weiterer Goldnugget in der ganzen Geschichte, denn wie Gott denkt, wie er handelt, er nimmt unsere Geschichte und kommt da rein und du hast aus unterwegs ein Mädel zu finden, eine Jugendgruppe auf der Flucht und Gott arbeitet nicht gegen uns, sondern er nimmt die Geschichte und kommt da mit rein. Kann man sagen, ja. Also für mich ist das auf jeden Fall, was ich da sehe. Definitiv. Ja, stark. Definitiv. Jetzt würde ich gerne mal in diesen einen Moment reinzoomen, wo du gerade gesagt hast, hey, ich habe dann in den ersten zwei Wochen, wo deine Liebe des Lebens nicht da war, vielleicht war das auch der Moment, den Gott dann auch nutzen wollte oder Gott kennengelernt und gemerkt, dass es mehr ist, als nur in die Jugendgruppe zu gehen, mehr als nur Kumbaya zu singen oder irgendwie das Christliche so mitzunehmen. Wie würdest du diesen Moment beschreiben oder kann man den überhaupt beschreiben, weil das ist ja eine ganz hohe Bedeutung für dich. Ich weiß es nicht mehr. Bernhard, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich da saß und in der Gruppe hockte und da war jemand, der Bibelarbeiten machte. Also Bibelarbeiten, das ist immer wieder bei einem Wort, der aus der Bibel Texte vorlas und der sich Gedanken darüber machte, der diese Texte in den Alltag transportierte und ich mich einfach wieder gesehen habe in dem, dass ich dachte, ich brauche Jesus zur Vergebung meiner Schuld und Sünde, um frei zu werden, um ihn in meinem Leben aufzunehmen, zu sagen, Jesus, ich glaube an dich. Das war mir so klar, dass ich gesagt habe, das ist jetzt dran, aber das war auch nicht spektakulär. Ich bin nicht irgendwo nach vorne gelaufen oder habe mich nicht cheerleadern lassen, sondern das war völlig neutral jetzt. Sondern es war für mich klar, ich, Jesus ist real. Losgelöst von meinem Wunsch, mit der Frau zusammenzukommen, das wusste ich ja noch nicht, wie die reagiert, aber für mich war einfach klar, Jesus ist da und ich möchte mit ihm leben und ich habe das begriffen, dass er für mich gestorben ist, dass er sich für mich ans Kreuz hat schlagen lassen, das sind immer so harte Ausdrücke, aber das ist einfach so, damit alle, die an ihn glauben, eben nicht verloren gehen und ich wollte nicht verloren gehen, sondern auch das ewige Leben, da freue ich mich drauf. Wo hast du dich denn verloren gefühlt? Also ich habe mal gelernt, dass man Entscheidungen aus einer Emotion trifft. Man fühlt, man hat irgendeine Emotion, die vielleicht negativ ist oder positiv und das treibt einen hin. Gab es so irgendwas in deinem Leben, wo du sagst, hey, ich fühle mich verloren, ich brauche diesen Jesus oder war das einfach so irgendetwas, was Gott dann gemacht hat in deinem Kopf, in deinem Herzen? Vermutlich ja. Also ich habe mich nicht verloren gefühlt im Sinne von, wenn ich jetzt Jesus habe, dann bin ich glücklicher oder dann habe ich einen Sinn im Leben. Überhaupt nicht. Sondern es war so im Nachhinein einfach die Erkenntnis, Jesus lebt. Er ist da. Und da habe ich nicht gefragt, was bringt mir das? Sondern ich wollte einfach, dass Jesus und ich auf immer, auf ewig zusammen sind. Also es ging mir gut. Ein paar Wochen später fing ich in meinem Traumjob an. Also ein paar Tage später kam die Traumfrau. Also das war alles super. Ja. Alles cool. Ja. Aber es war eine Offenbarung im Sinne von, hey, Jesus lebt. Jesus ist. Und ich möchte Jesus nicht missen. Wie der Typ, der eine Perle im Acker findet. Und sagt, ich bin alles bereit, alles aufzugeben für die Perle. Also das ist eine Story aus dem Neuen Testament. Dass ich sage, ich möchte Jesus. Du hast gerade einen schönen Begriff genannt, Offenbarung. Dass plötzlich, ich würde das für mich so beschreiben, ich weiß nicht, ob das das trifft, dass Dinge, die vielleicht im Kopf drin waren, diese Botschaft hast du wahrscheinlich schon ein paar Mal gehört in der Jugendgruppe oder wo auch immer. Jesus ist am Kreuz gestorben, Ostern. Ja, ja. Und Offenbarung ist ja, wenn etwas vom Kopf so ins Herz rutscht, ist es das, was da passiert ist in diesem Moment? Kann man das so beschreiben? Wo es plötzlich so eine Offenbarung ist, nicht nur ein Wissen oder? Das ist 40 Jahre her. Es war, ich kann das nicht mehr so detailliert beschreiben. Das war einfach, ja lass es. Also vor 40 Jahren war das nicht so, dass man sagte, ich habe was im Kopf, ich habe ein Kopfwissen und das muss ins Herz, sondern das waren, das sind Vokabeln, die heute eher gegangen sind, zurecht gebraucht werden. Für mich war es einfach klar. Ich habe es begriffen. Ich brauche ihn. Ich möchte ihn. Er will mich. Wir wollen zusammen unser Leben gestalten. Er will es gestalten. Er will mich führen. Und ich habe gesagt, Jesus, ich gehe die Hände her. Du zählst für mich. Ich will da auch keine Schablonen drüber leben, sondern wie das so ist. Ich versuche das zu verändern, weil ich immer merke, es ist schwierig, diese Momente, diese Offenbarungsmomente in Worte zu fassen. Ist so. Und auch so das zu transportieren, dass die Leute sagen, okay, jetzt verstehe ich das. Das sind einfach Momente, die einfach zwischen dir und Gott oder zwischen einem Menschen und Gott irgendwie stattfinden. stattfinden. Deswegen versuche ich das mal ein bisschen rauszukitzeln, um das verständlich zu machen. Vielleicht ist es gar nicht erklärbar mit dem Verstand alleine. Ich tue mich schwer, mag es ja. Es war auf jeden Fall so eindrücklich, dass es immer tiefer wurde, die Beziehung bis heute. Ja. Wie hat dein Umfeld reagiert? Eltern, weiß ich nicht, Freunde, dass du deinen Job aufgegeben hast als Beamter und dann irgend so etwas Verrücktes hier machst? Ja, das war schon crazy. Die sagten schon, geht's noch? Wir haben das Lebenszeit unkündbar. Toller Job und so weiter. Aber wir konnten ja auch nur sagen, dass uns Gott das klar gemacht hat in ganz bruchstückhaften Abschnitten und Sätzen. Und wir sagten, Leute, es ist total crazy. Es ist total, es ist Wahnsinn. Aber es hat halt Gott gesprochen. Und das Coole war, dass die Leute sagten, okay, wenn das bei euch so ist, dann nehmen wir euch das ab. Ihr seid für uns authentisch. Wir, wir sagen, das ist zwar verrückt, aber wir stehen hinter euch. Ja. Und das war schön. Schön, ja. Und dann waren wir wieder in der STO. Ja, im Oberbergischen. Im Oberbergischen. Sehr schön, ja. Und die erste Woche, in denen wir da waren, völlig langweilig, alles, boah, schrecklich. Ich liege auf dem Sofa, weil das hat mich alles so erschlagen. Und in dem Augenblick macht es draußen vor dem Fenster, boop, 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 boop. Dann gucke ich raus und dann ist Sondereinsatzkommando, dass ich abseilt und eine Übung mache. Ich habe geheult. Ich dachte, scheiße, was machst du? Da könntest du jetzt drinnen sein wieder in dem Heli. Naja, aber jetzt sind wir hier. So, dann fing ja so deine christliche Karriere richtig an, wahrscheinlich. Ich habe dich kennengelernt auf einem, ich war, ich weiß nicht, 18, 19, Tommy, auf einem christlichen Seminar. Da ging es um Leiterausbildung für Jungscha, irgendwie sowas. Und dann kamst du hin. Und das war so der erste Moment, an den ich mich erinnert habe, wo wir nochmal jetzt in Kontakt gekommen sind. Woher kenne ich einen Tommy eigentlich? Und das war eine Situation, die ich dann gesehen habe. Und da warst du so ein, und bist du immer noch ein christlicher Star, der Tommy Meyerhöfer. Du hast ein paar Projekte gehabt. Du warst auf jeden Fall in der christlichen Szene bekannt. Ich weiß nicht, deutschlandweit oder regional auf jeden Fall. Ich glaube sogar deutschlandweit. Da habe ich dich so kennengelernt. Genau. Was hast du nach der Bibelschulzeit, nach der theologischen Zeit gemacht? Was war so deine Leidenschaft und wie lief das dann so weiter? Nach der theologischen Ausbildung war ich einige Jahre in einem sogenannten Missionswerk beschäftigt. Also das ist eine Arbeit, die Menschen betreut, begleitet, die im Ausland arbeiten. Entweder als Pastor oder im Krankenhaus oder technischen Berufen. Die begleiten die. Und denen war es wichtig, dass sie sagten, Mensch, wir müssen mehr Transparenz schaffen. Wir brauchen mehr Filmaufnahmen und Fotoreportagen von unseren Leuten da unten. Und dann hatten die mich gefragt nach der Ausbildung, machst du das? Willst du das? Und ich habe gesagt, ja klar. Und ich habe entdeckt, dass diese Menschen sich im Ausland wirklich mit der Kultur auseinandersetzen, um ihnen den Glauben nahezubringen. Und ich habe so für mich immer gedacht, wenn ich hier in Deutschland unterwegs war, dass ich dachte, Leute, es versteht kein Mensch, was ihr hier redet. Eure Predigten, die sind sowas von, die gehen am Leben vorbei. Aber ich hatte ja keine Vergleiche. Ich war ja immer noch der, der irgendwo herkommt und nicht weiß, was so läuft in der Christlichen. Ich hatte keine Ahnung von der christlichen Szene. Und ich habe nur gedacht, wenn ich die Predigten hörte, dachte ich, versteht keine Sau. Entschuldigung, Schwabe, kommt durch. Versteht kein Mensch, geht nicht. Geht überhaupt nicht. Und das ist dir so bewusst geworden, wo du andere begleitet hast, die in anderen Ländern waren. Richtig. Und verstanden haben, die Kultur zu erreichen. Ich dachte, warum ziehen dich das nicht so an? Die haben solche, Pakistan, solche Frack, ist aber Kultur. Würde ich nicht so rumlaufen in Deutschland. Aber in Pakistan oder Tansania oder in Nepal, wo sie überhaupt unterwegs sind. Und hier, dachte ich, haben wir eine Kultur, die genau das praktiziert. Wir ziehen uns anders an, wir reden anders und wir haben gar kein, das meine ich nicht pauschal. Ich hatte den Eindruck, als ob wir uns nicht bemühen, die Leute zu verstehen, die um uns herum leben und die von Glauben keine Ahnung haben. Obwohl wir in der gleichen Kultur sind. So ist es. Und das war für mich der Punkt, dass ich sagte, Leute, da muss eine Veränderung her. Ja, okay. Das ist das, was dich so angetriggert hat? Und was hast du damit gemacht, mit dieser Geschichte? Ich habe, ich wurde gefragt von einer weiteren christlichen Arbeit. Ich, wie du sagst, ich war langsam so ein bisschen bekannt in der Szene. Und habe dann eine Arbeit gegründet, die heißt, die hieß, die gibt es heute nicht mehr, Nightlight Station. Und zwar hat die sich komplett auf das fixiert, was ich eben sagte. Wir gingen ins Radio. Ich war fünf Jahre lang Nachtfalke im Radio, RTL Luxemburg. Also, Tommi ist für mich so der christliche Domian gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr Domian kennt, der hat in 1Live, glaube ich, diese Sendung gemacht. Im christlichen Bereich warst du das, ne? Also, nachts konnten Leute anrufen und irgendwie ihre Sorgen teilen oder was auch immer. Also, ich habe einen kurzen Einstieg gemacht, über den Glauben gesprochen, einen kleinen Bibelferst vorgelesen und habe gesagt, sie können anrufen. Und kamen Anrufe, kamen auch keine, aber je nachdem, da spielt man Musik. Und da habe ich mit den Leuten geredet, das war so eine Sache. Das andere ist, dass ich auf Events gegangen bin, auf nicht-christliche Events, Love Parade und so weiter. Und habe da Flyer verteilt und habe mit den Leuten geredet und wir haben Straßenpredigen gemacht und so weiter. Einfach mit denen gesprochen, was Sache ist, warum man glauben soll. Ich habe christliche CDs produziert, habe verschenkt und war auch bekannt in den Medien. Also, ich sehe hier viele Goldnuggets, aber ein Goldnugget, finde ich, der glänzt für mich total. Du hast etwas gesehen, was du denkst, das kann so nicht sein, dass wir predigen und die Leute verstehen das nicht. Und du hast nicht nur kritisiert, sondern du bist losgezogen und hast es gemacht. Und ich glaube, das ist ja so ein Goldnugget, nicht zu sagen, hey, ich sehe eine Not und ich bin eine Antwort auf die Not und du bist losgezogen. Wie kann ich mir das vorstellen? Auf der Straße gepredigt, mit der Bibel in der Hand? Nein, nein, nein. Und wo Leute dann vorbeigehen oder wie hast du das gemacht? Der Typ bin ich nicht. Also, es gibt sicher Leute, die das können. Ich kann es nicht. Und ich will es auch nicht. Für mich war die Sache immer die, dass ich Leute nicht überfordere und ihnen quasi die biblische Botschaft um die Ohren haue. Das mache ich nicht. Auf gar keinen Fall. Sondern mir war es wichtig, oder mir ist es wichtig, die Leute ernst zu nehmen in ihrem Umfeld. Und wenn ich unterwegs war auf der Love Parade oder irgendwas, dann findest du Leute, die sind zugedröhnt, zugefixt, alles. Und du brauchst jetzt mal Hilfe. Und dann sprichst du mit denen und dann gibt es was zu trinken. Also, ich würde es jetzt nicht auf einen sozialen Aspekt runter reduzieren, sondern mir ging es schon auch darum, dass ich denen als Christ begegne und ihnen auch sage, warum ich glaube. Und das war am Radio so und das war im Internet so, weil wir auch gleich dann eine größere Internetplattform anboten. Und das war auch im Radio halt auch so, dass ich die Leute einlohde, einfach um zu hören und nicht zu verurteilen. Und das geht es ja gar nicht. Sondern die glauben halt nicht. Das sind deswegen keine bösen Menschen, sondern das sind liebevolle Menschen, wunderbare Menschen. Das sage ich nicht einfach so. Die Menschen, und das ist der Punkt, die haben alle eine Geschichte. Alle, alle. Und die Geschichte kennen wir nicht. Und wieso soll ich da kommen und gleich so der fromm christliche Dampfhammer draufhauen, dass alles hier kein Problem ist? Nee, 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 nee. Erstmal, erstmal, aller Ruhe. Das finde ich... Käffchen trinken, ernst nehmen. So starr, wirklich bei den Menschen zu sein. Und in der Radiosendung zu hören, was die Menschen bewegt. Genau. Da sein, wo Menschen sind, Love Parade, wo... Kannst du eine kleine Lösung anbieten, was soll das? Ja. Dann hier zu sagen, ja, glaub mal und dann wird die Lösung schon... Nee. Ja. Ist nicht. Ja. Das war mir wichtig. Ja. Ist mir wichtig, bis heute. Ja. Ja, du liebst Menschen, das spürt man absolut und das war, das ist auch so dein Dienst gewesen für Gott, ne, so eine Radiosendung zu machen. Rauszugehen, da wo die Menschen sind, richtig stark. Gibt es irgendwie, wo du sagst, hey, wenn du jetzt zurückblickst auf die Jahre, wir zoomen gleich noch in einen anderen Bereich bei dir rein. Ah, noch einen. Die nennst du deine Monsterjahre, ne. Ah, okay. Da gehen wir gleich nochmal mit rein, aber vielleicht nochmal beim Dienst so zu stehen bleiben. Wenn du jetzt zurückblickst auf den Dienst machst, hey, was... Wenn du zurückblickst, an welche Dinge denkst du besonders gerne oder wo hast du die größten Schmerzpunkte, wenn du denkst, was... Wenn du jetzt zurückdenkst, was war so dein... Das, was dich so bewegt? Die größten Schmerzpunkte, kann ich dir sagen, das waren die Momente, ich war ja vielen Gemeinden dann auch unterwegs oder habe auch Veranstaltungen gemacht. Das nannte er Veranstaltungen, in denen ich dann als Redner oder, ja, Redner... Gebucht wurde. Gebucht wurde und habe dann über den Glauben gesprochen, über Jesus erzählt. Um dann festzustellen, dass diese ganze Arbeit unter Ausschluss von unerreichten Menschen, die also vom Glauben keine Ahnung haben, stattfindet. Weil einfach nicht eingeladen wurde oder es so eine Pflichtveranstaltung war. Das war für mich das Schlimmste, wirklich das Schlimmste. Da habe ich gelitten. Okay, du hast eine Leidenschaft für Menschen, die noch nicht mit dem Glauben unterwegs sind und sagst, hey, wir haben hier etwas und du machst Veranstaltungen, aber das sind nur Fromme, die da sitzen. Genau, das war jetzt gut übersetzt. Und die schönsten, gleichzeitig schönsten Erfahrungen waren, wenn ich gemerkt habe, es ist so eine Veranstaltung, in der tatsächlich niemand drin sitzt, der nicht Bescheid weiß. Jeder ist also drin und ist so ein Christ, die aber davon erzählt haben, ihren Kumpels und am anderen Tag kamen Schüler, Kollegen, die sich haben einladen lassen und die dann blieben. Und wenn wir hinterher sprachen, wie das ist mit dem Glauben, was das bringt oder wie ihr Leben aussieht und das war für mich das Genialste und das Allertollste dann natürlich, wenn jemand sagte, du, ich habe das für mich klar, ich habe es begriffen, ich würde ja auch gerne Jesus in mein Leben einladen mit dem Leben. Das war mit das Größte überhaupt. Also generell, ob das jetzt bei einer Predigt war oder in einer Radiosendung oder durch ein Buch oder je nachdem, wo, lassen wir erst mal pfeifen, wo Menschen dann bereit sind, haben gesagt, ich möchte auch mein Leben Jesus anvertrauen. Ich möchte an ihn glauben. Also ich würde gerne jetzt nochmal weiter einsteigen in den Momenten, aber ich glaube, wir gehen zum nächsten Punkt, oder? Zu den Monsterjahren. Das sind schon noch 40 Minuten. Haben wir schon. Ja, klar. Kannst du das zusammenschneiden oder wie machen wir das? Oder machen wir eine Extrasendung? Eine Doppelsendung, meinst du? Wir reden einfach weiter, bis jetzt alles pfeift und dann schauen wir mal. Ja, alles klar. Ja, dann lass, ja, vielleicht doch einen Moment. Gibt es so einen Moment, wo du sagst, hey, dieser Moment, der hat mich nicht mehr losgelassen? Ein Gespräch vielleicht in der Nacht am Telefon oder eine Begegnung, wo du gemerkt hast, hey, hier passiert etwas Großartiges oder hier kannst du einem Menschen helfen. Gibt es so einen Moment, der dich so richtig gepackt hat? Oder sind das viele Momente oder das Gesamte? Es sind viele Momente. Das ist ja alles nicht abgesprochen, aber wenn ich darüber nachdenke, dann ploppt natürlich einer hoch. Das ist klar. Ich war da auch mit vielen jungen Leuten zusammen und hatte klar, ich möchte am nächsten Tag eigentlich die Leute gerne einladen, an Jesus das festzumachen. Dass sie sagen, komm, ich glaube und es war für mich einfach so, wie soll ich sagen, ich wollte in diesem Abend, am nächsten Abend möchte, wollte ich konkret Leute bitten, doch an Jesus zu glauben. Und war auf meinem Zimmer und habe irgendwas gelesen und das Licht ausgemacht und auf einmal fangen, ich sage jetzt manchmal draußen, aber es ist ein Trommelschlag, ganz dumpf. Und da kam so, es wurde immer lauter, immer lauter und dann dachte ich, was geht denn hier ab? Und das war dann so, don't do it, don't do it, kam dann so dazu und dachte ich, was geht denn hier ab? Was ist denn hier los? Und dann dachte ich, ah, okay, wir als Christen wissen ja auch um die unsichtbare Welt. Und dann dachte ich, oh, da läuft was. Also ich hatte keine Angst oder irgendwie so, aber es war einfach schon unheimlich im Sinne von, ja, normal ist das ja nicht. Und dann habe ich das Fenster aufgemacht, aber das war immer gleich laut, don't do it, don't do it. Dann dachte ich, okay, hier ist es, das machen wir aber jetzt schon richtig morgen. Also da ging keine Trommel da draußen? Nein, nix, es war Wahnsinn. Das war jetzt etwas, was in deinem Kopf oder irgendwie ein Gedanken war oder wo auch immer. Es war einfach da, es war auch kein Radio an und da waren auch keine Kids draußen, die irgendwie Musik anhörten und Frankie Goes to Hollywood oder irgendwas, nix. Und ich wusste in dem Augenblick, ah, okay, da läuft was in der unsichtbaren Welt ab. Und es ging dann weiter, aber ich schlief ein. Okay. Und ich habe damit auch jetzt nicht irgendwie groß angekündigt, gar nicht, sondern ich habe dann am anderen Abend gepredigt und habe gesagt, Leute, wenn ihr jetzt euer Leben Jesus anvertrauen wollt, wenn ihr für euch klar habt, das, was wir bisher gehört haben, das ist real. Und nicht, weil der Nachbar sagt, das musst du ja machen oder weil ich sage, das müsst ihr machen, sondern weil Jesus zu euch gesprochen hat, dann macht das klar mit ihm. Sagt Jesus, ich glaube an dich, ich möchte dir gehören. Und das war schon nichts Großes. Und ich habe gesagt, wenn ihr mit mir reden wollt drüber, dann können wir das jetzt machen oder so. Da steht der halbe Saal auf. Wow. Und komme nach vorne und ich dachte, das gibt es ja gar nicht. Und ich wusste dann, okay, das war ein Zusammenhang. Cool. Das war so ein Erlebnis, ne? Ja, Hammer. Ja, unglaublich. Was man rausspürt bei dir, Tommy, in christlichen Kreisen nennt man das Evangelisten. Also du liebst es, das, was du auf dem Herzen hast, was Gott mit dir gemacht hat, weiterzugeben. Dafür brennt dein Herz, dafür hast du dein Leben investiert, deine Jahre investiert. Bist du vom Polizisten zum Theologiestudenten geworden und danach ist es weitergegangen. Und das, was du jetzt erzählst, ist für mich ein absolutes Goldnagel. Also man kann, alles hat seinen Preis. Und der halbe Saal, der aufgestanden hat, der hat eine Vorgeschichte. Und die Vorgeschichte hast du gerade so ein bisschen reingezoomt. Aber auch viele Entscheidungen, die du vorher getroffen hast, dass du sagst, hey Gott, ich bin bereit. Und ich will, dass Menschen das verstehen. Und mir ist es nicht egal, dass sie irgendwie in der Kirche sitzen und nichts verstehen. Und nichts verstehen, genau. Und da sind ja viele, viele Jahre vor gewesen. Und das hat ja auch immer einen hohen Preis. Und das ist für mich so ein Goldstück. Wir kriegen nichts umsonst. Es gibt nichts zum Nulltarif. Aber es lohnt sich, oder? Würdest du sagen, da weiterzugehen? Ja, definitiv. Also wie gesagt, ich bin nicht der Typ, der sagt, glaube in Jesus und alles ist gut. Das ist nicht so. Richtig. Sondern du lebst mit deinen Schwächen, du lebst mit deinen Herausforderungen, du lebst mit deinen Krankheiten. Aber letztendlich ist es schon so, dass ich dicke und verder unterschreibe, ich bin dankbar für diesen Weg. Ich weiß nicht, wie der Polizistenweg weitergegangen wäre, wäre ich erschossen worden. Das war die RAF-Zeit, die Terroristenzeit seiner Zeit. Ich war am Tatort, wo nur noch Menschenfetzen rumlagen, der Rest wurde hochgesprengt. Also das weiß ich nicht. Aber ich weiß nur, dass den Weg, den ich leben durfte, den ich gegangen bin, wäre kein anderer. Das ist alles gut. So, das war Teil 1 von Tommy M und nicht Bonnie M, sondern Tommy M und nächste Woche kommt die zweite Folgefortsitzung. Mir bleibt die Sprache weg. Nächste Woche Teil 2, das geht dann um die Monsterjahre. Es ist schon heftig, wenn man so offen ist. Und es hat mir doch gezeigt, wie wertvoll solche Statements sind von den Gästen, die ich bislang hatte. Ein Jahr lang, 52 Gäste waren es, glaube ich. Und an die gilt ein echt mega besonderer Dank. In diesem Sinne, nächste Woche Fortsetzung. Und bis dahin, werdet super, Frau macht's gut. Ciao. Ciao.